hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die und es ist noch nacht auch wenn es im schneegebiet irgendwie immer schön hell ist irgendwie so ich bin heute hier und ich möchte wir haben jetzt die fenster über reingehauen und ich habe mir überlegt ich hätte hier ganz gerne das da ja wir also ich ja ein thronsaal von odin um dem müssen wir uns ja auch langsam kümmern und jetzt ist es tag die sonne geht auf ach ist das nicht schön so dass das das wäre soweit richtig jetzt ist nur die frage wie hoch muss ich denn eigentlich gehen hier so ich gehe kletter mal nach oben ich habe ehrlich gesagt absolut keine ahnung eigentlich müsste ich hier komplett dicht machen und bei wir machen hier glaube ich ein 1 2 3 er fenster rein und das gleiche müssen dann auf der seite auch machen das ist 2 1 2 3 1 2 jawoll okay wie weit will ich dann nach oben gehen nicht das problem ist ich müsste eigentlich hoch genug sein um das wie ich da rein zu kriegen ich glaube wir machen wir machen ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe absolut keine ahnung sie lassen sich mal ganz kurz nach oben gehen die höhe ist ja eigentlich egal wie weit man nach oben gehen das ist ja uns nach hause die oberste grenze stehen uns keine grenzen irgendwie auch keine ahnung das ist das problem weil ich noch keine ahnung habe ich müsste halt mal das vierchen am mitten fertig bauen das pferdchen bleibt mir du bereitest mir wirklich kopfschmerzen richtig richtig heftige kopfschmerzen bereitest du mir so einmal hier nach oben so hier dazwischen hätte ich auch gerne noch nicht da muss ich aber immer noch weiter nach oben gehen okay 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 ich weiß nicht wie weit ich weiß absolut nicht wie weit so was ist wenn wir so bauen oder da geht mein ding auch in die knie ne haben wir noch mal keine ahnung ein paar drauf muss aber dann reichen mensch jetzt schon fast doppelt so hoch wie die die dinger da so jetzt müsste aber rein passen oder sonst müsste ich das gut es wird doch viel zu hoch da wird doch wie viel hoch sind wir denn jetzt plus 93 ok du guck du guck du guck du wirst sterben ouch 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 dutob w bringt jetzt eigentlich wenn ich parkour und so nicht trotzdem schaden auch wenn ich auf vom Heuballenfalle. Okay, das wird auf jeden Fall mega riesig. Weil ich habe mir überlegt, wir machen das so, dass wir hier in die Dinger sitzen. So, ich muss da sowieso dann nochmal hochkrabbeln oder irgendwie sowas. Und da kommen dann Finster rein. Und da dazwischen hätte ich dann glaube ich ganz gerne Finster. Ja, das muss doch eigentlich dann ziemlich cool ausschauen. Und mir werden meine Wetter Concrete Dinger überhaupt nicht reichen. Das sehe ich jetzt schon. So. Oder ist das nicht schon hoch genug? Hilfe! So, und, und, Bauchkribbeln. Autsch! So, jetzt muss ich aber nochmal hoch. Tut mir leid, das ist auch noch nicht die vollendete Höhe. Aber da müssen wir jetzt durch so. Ich habe mir halt dann gedacht, dass wir das hier dann hier hinbauen. Bin ich jetzt, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Doch, 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 doch. Ich bin noch richtig. So, hoffe ich, denke ich. So schön nach oben. Wenigstens so hoch. Oh Gott, war ich hoch mit dem. Nee, komm, das reicht erst mal zum Aua, wau, 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 angucken. Und woran sind sie gestorben? Tja, ich bin runterhüpft. Hab dauernd auf die Nase bekommen. Jetzt lassen wir mal gucken. Wenn wir den da jetzt so dran kleben. Das bringt nichts. Na, warte, ich muss erst gucken. Dann brauche ich erst den hier, weil der muss so rein. Genau, der muss so rein. Dann gib mir mal kurz das da. Nein. Egal. So. So, gib mir den Dickelen. So. Dann tun wir den drehen. So. Ja, ich glaube, das müsste dann überall so dran. Warte, machen wir mal Licht an. Das müsste, glaube ich, dann überall so dran. Dann hätte ich so eine schräge. Ach, Quatsch, warte, hier nicht. Nein, 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 nein. Hier doch nicht. So, wir hauen den mal kurz raus und den weg, weil hier ist ja normale Wand. Die geht ja dann da, ne, ganz da nach hinten da. So, den da wieder weg. Und hier müsste dann quasi ganz normale Glotzen reingehen. Dann gib mir mal kurz nochmal das da auch. Das würde alles nicht reichen, ne? Das würde alles hinten und vorne nicht reichen. So. Das kommt jetzt überall hier rein. Dann hätten wir hier nämlich schön Licht drinnen. Dann hätten wir schön wie so Fensterfronten ohne Fensterfronten zu haben. Also, irgendwie so. Genau. Ich hab keine Ahnung. So, wir gehen jetzt einfach mal hier noch ein Stück mehr rum. Einfach nur, damit ihr seht, wie ich das dann quasi vorhabe und wie ich das dann halt irgendwann mal auf Screen wahrscheinlich machen werde. Weil das halt einfach auch viel zu langweilig ist. Und da muss das auch noch alles angemalt werden. Oh, Mann, oh, Mann. Und das halt dann bis ganz nach oben. So, Vorsicht! Autsch! Ich sterbe echt gleich noch am Dingensin hier, ne? Wir verbinden uns mal, wir fressen mal, wir saufen mal. So, Mädchen, du musst gucken, dass es dir besser geht. Ein bisschen besser auf die Gesundheit achten. Genau. Und so wäre das dann quasi beziehungsweise hier dazwischen, oder was heißt dazwischen, hier muss dann auf jeden Fall auch ein, kopierst du mir das jetzt bitte richtig? So, hier muss das dann natürlich noch rein, damit das eine geschlossene Front ist. Ja? Dann ist das aber trotzdem, wenn man hier so hinguckt, nicht einfach nur langweilig, sondern, warte mal, hier müsste, ich müsste auch ein Fenster rein, richtig? rein theoretisch. So. Doch, hier, hier machen wir auch noch ein Fenster rein. Ja, machen wir auch. So. Das wäre dann quasi hier so die komplette Ding. Und da kommen aber dann normale Klotzen drauf. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. So. Und wenn man von hier aus dann nämlich so, ja, es sei denn, man landet dann unten, ne? Also, das auch mal kurz weg unter dem Rahmen. Und dann hat man nämlich hier so, ne? Wenn man so dran vorbeigeht, denke ich, wird das eigentlich eine ganz coole Sache. Ich würde aber sagen, die zwei untersten, die werten wir jetzt noch auf. Es sei denn, natürlich die Blümchen nerven die ganze Zeit. Böse Blümchen. Böse Blümchen. So. Komm. Nicht die Goldrute aufwerten, sondern, wieso sind die eine schon gewachsen und die da noch nicht? Habe ich die neu angepflanzt? Ne, die habe ich doch neu angepflanzt gehabt. Sehr, sehr komisch. Was habe ich denn gerade aufgewertet? Keine Ahnung. Aber das war nur ein komischer Sound. So, die Pilze sind nicht so nervig. Die sind auch schon alle fertig gewachsen. Ach, ist das nicht schön. So. Zack, zack, rein. Jawohl. Doch, ich glaube, das wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann, wenn man so von der Seite guckt, dann sieht man gar nicht, dass da überhaupt Scheiben drin sind. Und da muss man dann schon, also ich finde, ich glaube, das wird ganz cool. Ich hoffe, denke, glaube. So, da kommt dann noch ein Fenster rein. Und das gleiche dann natürlich auch auf der Seite. Da machen wir das ganz genauso. hier tun wir die untere Seite auch noch aufwerten. So, muss das sein. Dann bin ich zufrieden. Und bei den Seiten bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Aber wir gehen jetzt mal an Odins Thron und gucken, wie wir das bei dem machen. Also, ihr seht jetzt, so habe ich das vor. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie hoch das Ganze wird. Aber das, das muss ich halt da mal schauen. Ich müsste halt eigentlich erst Sleipnir fertig bauen, aber Sleipnir so ekelhaft, also so ekelhaft. Was habe ich mir da nur angetan? Was habe ich mir da nur angetan? Ich habe keine Ahnung. Okay, gib mir mal Holzrahmen. Wir brauchen jetzt erstmal einen ganzen Schwung rein, Holzrahmen. So, wir haben, hier ist die Mitte. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Warte, ich mir einfach mal dann, nein, 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 nicht, nein, so. Das hier ist die Mitte. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie groß ich den Thron machen möchte. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt irgendwas machen möchte. Ich weiß nur, dass wir jetzt den Thron machen wollen. Genau. So. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Hinterroden soll wendern sein. Ein ein zwei drei vier fünf block langes Dingensen. Dann könnten hier zum Beispiel Säulen hochgehen. Beziehungsweise ne, wir machen so. So. Dann hätte man hier schön, genau, fünf frei zum Laufen. Dann könnte man hier nur Säulen hochziehen auf der Ebene quasi. Dann hätte ich gerne ein, zwei, drei, vier, fünf frei. Und dann, wie groß jetzt? Jetzt ist die Frage. Ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Warte, wir gehen einfach mal gucken. Das Pferd sollte rein theoretisch so, wow fahren. Eigentlich können wir bis, bis, wir können eigentlich hier anfangen. Wir können eigentlich hier anfangen. Das wäre dann quasi hier so der Platz, wo der Ton sein dürfte. Bis auf, ich hätte gerne hier, ich hätte gerne hier etwas anderes. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Machen wir das mal so? Einfach nur mal kurz vom, vom Ding her. Eins, drei. So. Dann könnte man hier zwei frei, dann könnte man bis hier her. Wäre das eine Idee oder nicht. So. Das wäre dann quasi ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So rein theoretisch. Jetzt lass mich noch mal kurz gucken. Wir hatten hier zwei Felder frei, dann drei, 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 ne? Drei, drei, drei. Nur, ich weiß keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wo. Hallo. Ich glaube auf dieser Linie? Ich glaube auf dieser Linie. Jawohl. So, einmal schön zurückgehen. Jetzt weiß ich nur nicht, äh, wie weit? Warte mal kurz. Ah, okay, okay. So, das wäre dann quasi hier. Machen wir gerade mal Licht aus, das ist gerade ein bisschen hell. Obwohl es Defaulting ist, ne? Ich verstehe es nicht. So, das wäre dann quasi hier, 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 ich glaube, ja. Und dann hatten wir hier, ja, das müsste hier sein, ein, zwei, drei, zack, zack, und hier. Und dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, acht war auch auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, ich glaube. So, dann würde ich sagen, man geht genau da, bis hier hin, jetzt einmal kugeln. So, muss nicht überall drin sein, einfach nur damit wir jetzt so ungefähr ein, ein, eine, eine Schamplune haben. So. Jawoll. Das wäre in Ordnung. Wo wäre dann hier die Mitte? Wo wäre dann hier die Mitte? Eieieieiei. Also das ist definitiv die Mitte. Das muss ich doch erst gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht so einfach. So, und von diesem Kasten brauche ich jetzt auf jeden Fall die Mitte. Falls es die überhaupt gibt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir werden es gleich sehen. So. Von diesem Kasten brauche ich jetzt die Mitte. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, dreizehn. Das bedeutet, ich brauche den da in der Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Wird das die Mitte dann? Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Und dann ist das hier die Mitte. So, jetzt, jetzt müsste es aber passen, oder? Ich, ich und Mathe, ne, ich und Zählen und so, das ist doch alles nicht meiner Welt, Mensch. Dann ist das hier die absolute goldene Mitte. Sorry, ich, ich muss aber nochmal gucken. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Jawoll. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay, dann lass mich das gerade mal so machen. Ich hätte jetzt natürlich gerne, ich bräuchte jetzt kurz, glaube ich, Rebof Frames. Ich würde hier, glaube ich, nämlich ganz gerne mit Stufen arbeiten. So, die können wir mal kurz wegtun. Die da können wir so. Gib mir mal bitte Eckstufen. Und gib mir mal bitte normale Stufen. So, ich hätte jetzt gerne, äh, ich hab, hab ich nicht Stufen ausgewählt? Keine Ahnung. So, ich hätte jetzt gerne, dass das hier Stufen sind. Hm. So, das da müsste dann Eckstufe sein. Und, ah, warum? rum. So, ja, warte mal, ich glaube, ich mache erst die Ecken, dann kann ich nämlich das Holz in der Mitte wegnehmen. so, 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 Tapp, 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 tapp. Mann, 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 Mann. Reinpacken. Und hier hinten reinpacken. So, zack. Das bedeutet, ich könnte jetzt die da komplett wegnehmen. Da kommen dann Stufen hin, normale. Also einmal drehen, bitte. Danke schön. So. Es ist ja ein bisschen mehr, als wir einfach nur drohen. Denn der muss schon ein bisschen pompöser sein, als einfach nur ein Stuhl mitten auf dem Boden. Das geht so nicht. Das können wir dem Odin doch nicht antun. So, zack, zack, zack. Dann hierhin müsste ich eigentlich alles ausfüllen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob ich das aber will, ist die andere Frage. So, jetzt können wir eigentlich auch wieder Licht anmachen, rein theoretisch. So, das kommt auch alles weg hier. So, alles mitnehmen. Und wieder alles dranpacken. Warte mal, ich könnte, ich könnte doch so... Ah doch, ich wollte gerade sagen, ich bin um ein Ding versetzt. Aber ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, es ist richtig. So, hierhin. Also ein bisschen so ein kleiner Podest oder sowas wäre halt schon ganz gut. Und dann hier alles wegnehmen. So. Alles wegnehmen. So, dann hierhin. Oh, nee, nicht doch schon wieder, du Mensch. Böse Stufe. Böse, böse Stufe. So, weg damit. Und da hinten habe ich auch schon eine Mauer gezogen. Da gibt es keinen Eingang in das andere Gebiet. Und da muss man dann quasi über die Hallen gehen. Und, ähm, ja. Finde ich... Oder wir gehen oben rum. Oh, warte mal. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee, auch wenn es mir nicht gefällt, ne? Hilfe, Hilfe. So, dann brauche ich hier das da. Ah, eigentlich brauche ich auch... Oh, eigentlich müsste ich es komplett... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich mache es nicht komplett. Ich mache es nicht komplett. So, wir machen einfach nur hier die zwei Reihen. Und glaube ich, denke ich... So, zwei Reihen brauche ich aber, glaube ich, denke ich. Genau. Alles nicht so einfach. Nein, nein, hierhin. So. Und hier nochmal. So. Jetzt können wir Licht wieder aus oder an? Ich weiß es mal nicht. Es ist so komisch, ne? Mit den Lichtverhältnissen ist es schon sehr komisch. Und jetzt bin ich nicht mal in der Wüste, wo es ja generell sehr hell ist. Aber im Schneegebiet ist es auch verdammt hell. So. So. So viel Rahmen setzen, ne? So. Aber ich will eigentlich... Warte, ich brauche jetzt gar nicht alles machen. Ich will nur mal kurz zeigen lernen, wie ich mir das quasi vorstelle. Das wird jetzt alles schön aufgewertet. Und danach brauche ich noch mal eine Reihe. Oh. Übel, übel. Am Schluss habe ich das ganze Ding doch ausbetoniert, ne? Ich sehe es schon kommen. Na gut, ich würde sagen, ich mach die Reihe gerade fertig. Aber ganz schnell. Bis zum nächsten Mal. Also, jetzt haben wir alles. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, wir fangen das dann hier an. und machen dann nochmal eine Etage weiter nach oben. So. Mit so einem kleinen Zwischenstopp quasi. Und dann da drauf kommt dann der Turm. Ich glaube, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee. Und da dann schön über den Teppich arbeiten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie, dass es halt nicht einfach nur ausschaut wie ein Stuhl auf dem Boden. Also, das muss schon ein bisschen was Besseres sein. So. Nehmen wir mal so. Müsst ihr dann gegen die Ecke sowieso stoßen. So. Ja, oder ich klatsche dann von drauf noch besser. Also, falsche Richtung. Und das ist das, was ich will. Das müsste ich... Ne, ich glaube, ich höle das nicht komplett aus. Ne. Ne, da habe ich, glaube ich, keine Lust zu. Also, da muss ich jetzt einfach nur gucken, wie groß der sein soll, der der Turm. Wie, wie, wie groß könnte man denn machen? Vielleicht fünf? Fünf auf vier oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt absolut keine Ahnung. So. Eins, zwei, drei. Warte mal, wenn wir das so... Eins. Ne, warte. Dann sind es ja sieben. Ähm. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Du musst dich den nochmal kurz wegnehmen. Einfach nur, damit ich vom Zählen her nicht durcheinander komme. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Wie tief machen wir den? Zwei. Zwei zum Sitzen quasi. Ne, drei. Drei zum Sitzen, oder? Drei zum Sitzen. Also, rein vom Ding her jetzt. Ich bin hier einfach nur gerade am Testen und am Überlegen. So. Und dann wäre das quasi... Hier wäre dann quasi die Armlehne. Na? Also, nur damit wir ungefähr eine Richtung haben. Also, das da wäre dann quasi die Armlehne. Und dann wäre hier hinten, wäre dann quasi die Rückenlehne. Rein theoretisch? Eventuell? Da müsste doch dann eigentlich so... Eigentlich müsste das doch reichen. Also, wir kleinen Knüpsel, wir passen sowieso nicht auf den Riesensessel. Also, ungefähr nur von der Größe her. Nur von der Größe her. Weil ich müsste das ja komplett... Genau, ich müsste das auf jeden Fall komplett aufwerten. Und damit wir da keine Schwierigkeiten haben. Also, das können wir mal wegtun jetzt hier. Ja. Dann brauchen wir das. Aber wie viel hoch? Das wäre... Ja. Ich muss erst mal in der Mitte aufwerten. Sonst komme ich da gleich gar nicht mehr ran. Und das wäre natürlich doof. Aber dann kriegen wir das so ungefähr hin. Dann vielleicht noch irgendwie... Mit Füßen arbeiten. Also mit... Wie nennt man das denn? Ein... Ein Stuhl... Fuß... Nee. Wie nennt man das? Doch. Nee. Lehne. Armlehnen. Wie nennt man denn die Füße? Eigentlich Füße, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Glaubt ihr mir das? Ist ja übel. So. Dann wären wir... Damit wären wir dann auf der gleichen Ebene. Aber das wird auf jeden Fall die Größe von Ton. Das kriegen wir so hin. Das wäre dann gerade mal der Boden. So. Ne? Weil wir müssen ja quasi von hier dann nach so darüber gehen. Dann wäre das gerade mal der Boden. Das kommt dann quasi alles noch raus. Und ich glaube das reicht, wenn ich hier ab und zu einfach nur eine Stütze reinmache. Aber mir ist wichtig da, wo oben drauf sind, dass das stabil ist. Genau. So. Mal kurz aufwerten noch mal. Und das wäre jetzt der Boden. Nochmal. Jawohl. Richtig. Dann brauche ich quasi Stuhlbeine. Heißt das so? Stuhlfüße? Stuhlbeine? Stuhlbein? Stuhlbein? Ich glaube, das Ding heißt Stuhlbein. Kann das sein? Ha, ha, ha. Gut. Da merkt man erst mal, dass man so Sachen im Prinzip nie benutzt. Das will ich jetzt nur, damit ich weiß, hier ist die Mitte. Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche jetzt irgendwie Stuhlbeine. Wir könnten natürlich sagen, wir nehmen das da. Oder aber wir sagen, hör mal, wir machen das wie fast überall. Wir machen das halt Stuhlbein. Warte mal, das wäre da und da kommt die Lehne. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das so, so und das gleiche dann auf der Seite, wäre das hier richtig? Ja, das wäre hier richtig, ne? Das wären dann quasi die Stuhlbeine. Oh, und? Und? Warte mal. Oh, warte mal. Das da sind die Stuhlbeine. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe sowas von, keine Ahnung. So. Und dann? Und drohen. Obwohl, da muss nicht so so Ratings sein, ne? Ich meine, wir kommen da sowieso nicht hoch. Das wäre dann quasi das Polster. Das wäre das Polster. Obwohl, nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Warte. Warte, warte, warte. Ähm, die Armlehne kommt dann... Oh Gott, Leute, ey. Jetzt, ich bin total verwirrt jetzt, ne? So, das da ist, äh, der Untergrund vom Polster. So. Dann kommt die Armlehne. Die Armlehne, würde ich sagen, die machen wir so hin. Ups, vorsichtig. Vorsichtig. So hin. So. Hüpf nochmal nach oben. Da kommen dann die Armlehne hin. Oh, ich glaube, das wird was. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Das wehrt mir jetzt aber auch schon mal auf. Da müssen wir halt dann farblich uns drum kümmern. Wobei ich gerade noch sagte, ne? Eigentlich müsste das viel, viel mehr sein. Das muss mehr sein. Weil hier kommt... Genau, die Lehne ist richtig. Das heißt, ich muss hier aber noch weiter vor. Das heißt, hier muss ich definitiv nur nach vorne. Und dann... Sind die Beine aber nicht richtig. Obwohl, die kann ja vorne so ein bisschen Polster so, ne? Kann nur nochmal so da so, ne? Oder... Warte, 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 warte. Warte. Wir können hier... Ist ja... Es ist ja Polster. Rein theoretisch. So, ich und meine Fantasie wieder, ne? So hin. So hin. Und... Der muss ja auch gemütlich sein. Dann können wir das so dran kleben vielleicht. So. Und... So. Ja. Ja. Wohl, da brauchen wir keine Lehne. Die Lehne muss nicht bis ganz nach vorne sein. Dann würde ich fast sagen, wir machen hier die Armlehne, machen wir mit rund. Warte mal. Und das ist jetzt ne... Es ist grausam, grausam, grausam. Es sei denn, wir machen... Ähm... Äh... Ich hab keine Ahnung. Wenn das so die Armlehne wäre... Und hier kommt dann quasi der Rücken drauf. Oder? Ich hab... Ich hab noch nie einen riesen Stuhl gebaut. Aber die Armlehne ist jetzt ein bisschen klein, oder? Da müssen wir noch ein bisschen... Ein bisschen was... Dingsen. Aber ich glaub, das wird schon. Es... Ich glaub, ihr seht, was ich versuche, oder? Ich glaub, ihr seht, was ich versuche. Und hinten jetzt natürlich noch einen großen Rückenlehner. Da kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Okay, aber ich würd sagen, wir lassen den Thron erstmal so... Guck mal. Boing. 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 Ähm... Ne, sonst kriegen wir Probleme mit den Odent. Wir sitzen auf dem Thron. Und ja, ich würd erst mal sagen, wir haben viel geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.